Das Hotel Chantaramas Resort & Spa liegt in Hadrin Beach in Kofangen. Das Hotel Chantaramas Resort & Spa ist beliebt unter den Gästen. 86% empfehlen das Hotel weiter. 7 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,7 von 6 Sonnen vergeben. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur 7 Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer, Sauberkeit, häufiger Wäschewechsel, gute Ausstattung wie Fernseher und Balkon, das macht ein sehr gutes Zimmer aus. Die Hotel Gäste sind sehr zufrieden mit den Zimmern und vergeben 5,5 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Sowohl die Sauberkeit als auch der Zustand des Hotels wird von den Gästen gelobt, was sich durch eine sehr guten Bewertung von 5,1 Sonnen von 5,1 Sonnen widerspiegelt. Service. Das Hotel bietet eine gute Servicequalität und wird in diesem Punkt mit 4,8 von 6 Sonnen. Bewertet. Gastronomie. Viele Gäste sind der Meinung, dass dieses Hotel eine gute Küche hat und vergeben hierfür 4,6 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Ein gutes Sport- und Unterhaltsprogramm hält dieses Hotel für seine Gäste bereit. Insgesamt erhält das Hotel 4,5 von 6 Sonnen in dieser Kategorie. Lage und Umgebung. Für die zufriedenstellende Lage des Hotels vergeben die Gäste 3,6 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.